Äh, okay, warte, ich fang grad von der Map, warte kurz. Ich stecke da, wo, ja, hier. Oh mein Gott! Was ist passiert? Holy F***, warst du das? Mehr. Ich will mehr von dem guten Stoff. Danke, by the way, fürs Video. Ist die beste genug. Du willst mehr? Kannst du haben. Bitteschön. Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben Sie ein Intro in die Kommentare oder lassen Sie es. Bevor es mit dem Video losgeht, habe ich noch eine geile Info für euch. Das gibt jetzt endlich wieder Merch, den finde ich in der Beschreibung. Solange der Vorrat reicht. Was viel Tolleres, es kommt endlich etwas raus, denn wir haben eineinhalb Jahre an etwas Epischem gearbeitet. Es gibt jetzt ein Gnu-Kuscheltier. Es ist squishy, es hat einen schönen Booty, alles was man braucht. Und das findet ihr auch unten in der Beschreibung, nur solange der Vorrat reicht. Viel Spaß mit dem Merch und jetzt geht's weiter mit dem Video. Willkommen zu einer weiteren Folge Bad Maxi-Fahren-Gnu-At-School. Ja. Hi! Und heute habe ich was ganz Besonderes für dich, Maxi. Ja, was denn? Du hast ja schon eine kleine Einführung bekommen. Und zwar haben wir jetzt nämlich ein Mod-Fenster, mit dem wir ganz absurde Dinge machen können. Da wir ja letztes Mal gesagt haben, es wäre doch eigentlich mega cool, wenn der Pool voll wäre mit ganz vielen Haaren und Schülern, würde ich das gerne einmal mit dir umsetzen. Deine Knie sind im Boden versunken. Echt jetzt? Ja. Wow. Du kommst dann, ich glaube, du musst dich nochmal hochscalen. Du hast dich klein gescaled, oder? Ja. Kann das sein? Meinst du so? Ne, ich bin eigentlich groß. Achso, das siehst du gar nicht. Ah, ne, ne, das sehe ich wirklich. Ah, okay. Ja, ich bin jetzt ganz groß. Aber ich kann mich auch mal ganz klein machen, wenn du willst. Was sagst du dazu? Okay, perfekt. Okay, dann... Gute Größe, wir können gehen. Okay, siehst du, dass ich so klein bin? Ne, nicht. Aber ich stelle es mir einfach vor. Oh, Zwerge essen. Wenn du das Menü auf hast, unten auf Shark und drückst einfach auf Plus. Erstmal Shark auswählen. Dann machst du auf Minus. Oh. Okay, ja. Okay, es funktioniert. Yeah, let's go. Die fliegen teilweise. Die gehen alle los. Die müssen wir, glaube ich, reinschmeißen dann, oder? So. Oh mein Gott. Reicht das? Nein, mehr. Wer will einen einzigen Schwimmunterricht? Oh, oh. Hilfe. Maxi. Maxi. Maxi, ich komme nicht hoch. Wie komme ich hoch? Wie komme ich hoch? Um Gottes Willen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie man schwimmt genug. Nie gelernt soll. Okay, alles. Oh, der legt sich auf dem Rücken. Echt? Ja, teilweise. Okay. Da und da. Ich sehe den einen, der sich auf den Rücken legt. Der süße. Ja, der. Der bauert sich. Ja, 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 okay. Du übertreibst halt komplett, ja. Oh Gott, scheiße. Okay, komm. Die kriegen wir noch rein, dann beginnen wir. Sie sind. Naja, sie sind. Äh, ich bin gleich tot. Ah, ich habe gegessen. Allein Maxi. Okay, sollen wir mal jemanden spawnen? Vielleicht einfach ein cutes Girl oder worauf hast du Bock? Ja, lass aber hier draußen spawnen, oder? Okay, wir spawnen erst mal eine. Da ist sie. Sie hat dich doch letztens absolviert, oder nicht? Ja, hat sie. Das ist deine Verantwortung jetzt. Lern ihr und das Schwimmen bei. Komm her, ich bring dir das Schwimmen bei. Mit uns lern jeder Schwimmen bei. Dafür, dass du mich absolviert hast. Oh mein Gott. Drei, zwei, eins. Viel Spaß. Oh mein Gott, sie überlebt sich niemals. Oder oh mein Gott, sie ist direkt tot. Oh mein Gott, sie ist direkt tot, oder? Sie kommt doch nicht mehr raus. Nee, nee, die ist in der Mitte. Die ist in der Mitte. Okay, sie ist aber richtig... Oh Gott, nee, die hängt fest. Sie ist tot. Und sie ist... Oh, der ist tot. Nein, bitte, nein, nein. Darf wieder zu. Nein, bitte, nein. Nein, bitte, nein. Oh Gott, nein, ich bin direkt tot. Wartet mal. Nein, 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 nein. Ja, erst genug auf. Warte, ich habe eine bessere Idee. Wartet. Spawn, 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 spawn. Die Arme. So, wer survived? Voll das geile Geräusch für Heilbüsse, oder? Du, ich will nichts sagen, aber wenn du sie so spawnst, sie so auskommst, kommen sie bei dir unten raus, ne? Ist ja auch so. Ich glaube, da überlebt keiner, oder? Boah, wie viel Geld da jetzt drin ist. Nein, bitte nicht. Ich bin gleich tot. Ich will nicht noch meinen ganzen Weg noch. Drei, zwei, eins. Nein, nein, ich schreit. Ich bin gleich tot. Boah, jetzt reicht's. Dir geht's ja gar nicht gut genug. Ah, ich laufe. Ich bin auch tot. Okay. Wie du den da wegziehst. Ich schieb den jetzt da rein zu den Hain. Was für ein Ding ist das? Komm her, Junge. Na guck, wie viele Götze jetzt rumlaufen. Gnove, fahren mit dem Bagger rüber. Oh mein Gott. Ich würde sagen, Maxi, die hat ja immer schon diese Walze angetan. Die hat es irgendwie angetan, oder? Ja, ja. Ich liebe die Walze, wenn man 2D auf einmal ist. Soll ich dir sagen, dass du da mal einsteigst, den gerade hier einparkst und ich spawne den mal ganz viele? Mhm. Und das bin ja ich. Sie sehen alle aus wie du. Ja. Ist das okay für dich? Das war's irgendwie ein bisschen besser sogar. Hey. It's raining girls. 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 Siehst du es? Oh. No. Oh, scheiße. Ich will gar nicht hier gehen. Oh mein Gott. Okay, ja. Hier soll ich einfach gerade auch rüberfahren. Drück mal L auf der Tastatur. L? Ja. Hey, jetzt bin ich tot. Hey, die kommen ja alle rein. Um Gottes Willen. Bereit? Ja. Drei. Zwei. Eins. Go. What? Ja, warte. Ich hänge die. Los, Maxi. Die stehen doch alle schon in der Reihe vor dir. Ja. Ich fahre ja schon, aber ich fliege die. Ich habe mich verschluckt. Ich überfahre die. Boah, ich gehe vorne. Voll rein. Ja. Die stecken da alle fest. Boah, ich fliege weg. Warum? Wo bist du, Maxi? Maxi, ich sehe nicht gut. Mir ist schlecht. Auf meinem Rücken sitzen 100 Mädels. Okay, warte, ich fahre gerade von der Map. Warte kurz. Ich stecke da. Ja, hier. Oh mein Gott. Was ist passiert? Holy shit. Die Polizei. Nein, ich habe das gemacht. Was? Ich bin, was? Hä? Was? Ich bin jetzt irgendwo am Ende. Hey, wenn die Polizei kommt, das hatten wir auch noch nicht, ne? Oh mein Gott, da fliegen einfach alle mit. Was zur Hölle ist denn... Ich check gerade gar nichts mehr. Hast du eine Rakete abgeschossen? Nee, noch nicht, aber ich mache es jetzt mal. So ein großes, leeres Loch. Okay, ich fange mal an, okay? Let's go spawn. Oh, wie machst du das? Indem ich einfach mich reinfallen lasse und dann auf Spawn drücke. Okay, okay, okay. Gerade, 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 gerade. Aber aha. Nee, siehst du die, die hier stehen bei mir? Ah ja, die verschwinden. Oh, schade. Aber Haie sterben ja eigentlich nicht, oder? Und Hühner. Ich glaube, Hühner und Haie sterben nicht. Haie auf jeden Fall nicht. Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht Haie machen. Da fällt mal... Oh, ist da viel Geld. Oh mein Gott, ja. Maxi, so werden wir reich. Scheiß auf Bitcoin. Oh, ist gewittert. Oh mein Gott, was? Das ist überflutet alles. Maxi, hast du irgendwas eingestellt? Nein. Maxi, du hast irgendwas gedrückt? Holy... Ich hab legit gar nichts gemacht. Maxi, du hast 100% gedrückt, oder? Nein, hab ich wirklich nicht. Wirklich, wirklich. Was? Was ist... Hm? Das ist ja alles überflutet. Maxi, ist es Zeit für Schaden. Ey, wer ist denn das hier in der Lobby bei uns? Wer ist denn dieser Typ hier? Was ist denn jemand? Ja. Was? Der heißt... Electro Music. Im Ernst? Ja, hier ist Electro Music. Ich hab ihn. Ich schmeiß ihn weg. Nein, 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 wie geil. Der hat das nämlich gemacht. Das ist doch mega witzig. Oh, holy shit. Oh nein, das Wasser ist weg. Ey, das ist ja richtig witzig. Oh nein, die Haie. Was ist das für ein Fiebertraum? Wie witzig ist das denn? Wie hat... Der hat ja auch einfach alles ausprobiert, ne? Mein Passwort ist halt richtig schwer zu knacken. Deswegen... Ich hab keine Ahnung, wie er es geschafft hat, reinzukommen. Wenn er... Ich glaube, wie nah mit 12 ist. Und das Passwort auch 12. Aber das darauf kam, ist gar nicht so schlecht. Ich will, dass er nochmal das macht mit dem Wasser, weil er hat ja auch eine Mod. Guck, hier ist ein Haus. Er geht ins Haus rein. Oh, was ist denn das? Oh, sorry, das war ich. Entschuldigung. Glu! Entschuldigung. Oh mein Gott, sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. Glu, mach mal deine... Ah, guck, er war das hier mit dem Ding. Ja, ach so. Ach so. Oh, ach, witzig. Ich würde sagen, es ist Zeit für eine Abschlussparty. Abschlussparty-Time. Komm, hotte Krankenschwestern. Dresscode von Maxi Fye. Krankenschwestern. Da ist das. Stell dich schon mal irgendwo oben hin, Maxi. Stell dich schon mal irgendwo hin, Maxi. Oben. Irgendwo oben hin, stell dir. Genau da, wo die Tribüne ist. Und dann darfst du gleich noch was reinbrettern. Aber das komme ich nicht. Ach, die gehen alle die Tür raus. Jetzt müssen wir irgendwas vorstellen. Drei Tage später. Sind auf jeden Fall ein paar Leute da. Hast du Bock, Maxi? Maxi, du darfst den Körper reinschmeißen. Ich erlaub's dir. Lass uns hoch auf die Tribüne gehen. Ich hab keine Waffe. Also ich hab den nicht bei mir. Du musst ihn werfen. Okay. Bin bereit. Oh mein Gott. Aber die leben noch. Gnu, die leben. Scheiße. Werf mehr rein. Oh Gott. Hilfe. Das ist einfach nur noch leckiges Spiel. Ah. Mehr, mehr, mehr. Feuerwerkskörper. Oh mein Gott. Ey, die Bänke. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich, hä? Oh nee. Die ist mal so viele. Bin nicht alleine gestorben. Warum kommt eigentlich die Kackpolizei nicht? Jetzt kommt die Polizei. Cops are coming. Aber die machen ja gar nichts, oder? Nee, lass die. Komm, wir halten die Polizei vorne auf. Ich glaube, bei mir ist alles verbuggt. Ich sehe, glaube ich, nicht anders als das, was du siehst. Okay. Wir sind alle in dem Geschäftsraum hier drin. Oh mein Gott. Das ist so dumm. Ich bin so verwirrt. Das ist quasi zu viel einfach. Ich laufe einfach nur rum und sehe, wie die Hälfte stirbt irgendwie langsam. Ich fliege auch durch die Gegend. Wieder komplett wie so ein Flummi. Oh mein Gott, der hat so viele am Rücken. Wo ist denn der hier? Der hat alle in der Hand. Bestimmt 15 Leute. Okay. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine Abschlussfeier, die einen Knall hinterlassen hat. Die hat nicht nur einen Knall hinterlassen, die hat alles hinterlassen. Auch Leichen. Ja, aber wie viele? Polizei ist auch voller Verlass drauf. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe, ihr auch merkt sie mit diesem wunderbaren Mod. Es ist passiert so viel. Hier ist ein Typ mit den ganzen Frauen. Ja. Grüße auch an die zwei in der Lobby nachgejoint sind, die meinen krassen Code rausbekommen haben. Und ja, wenn ihr noch weitere Ideen habt, was man beispielsweise hier machen kann, was wir noch nicht erlebt haben, wie zum Beispiel das mit dem Überschwemmen oder Wobbly Live gibt es ja auch Updates. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Danke, Maxi, falls ich dafür... Bye, bye. Das ist so verwirrend alles. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020